Sie zählt zu den prägenden Charakterdarstellerinnen der Nachkriegszeit. Lotte Ledl. Hat man schon sowas gesehen? Ihre Rollen bissig, frech, besorgt. Lasst euch das nicht zahlen! Heimatkanal feiert mit ihr den 90. Geburtstag und macht sie zum Filmstar des Monats März. Lotte Ledl. Ich greife mir schon die Spatzen vom Bauch. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. So ein Lausbruch. Nur auf Heimatkanal.